Hallo, ich bin Elie Nix und das ist meine allererste Bau-Challenge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Jeder Raum hat ein anderes Budget-Challenge. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mich an diese Bau-Challenge heranwage und ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt, wie das werden wird. Und ich habe auch ein bisschen Angst, aber hauptsächlich bin ich gespannt. Wenn dir dieses Video gefällt, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren, meine Videos zu liken und auch zu kommentieren. Besonders Kommentare sind immer sehr, sehr wichtig. Also wenn du eine Bau-Challenge kennst, die ich unbedingt ausprobieren sollte, dann lass mir das sehr, sehr gern in den Kommentaren da. Aber jetzt starten wir ins Spiel hinein. Ich habe mich bei der Challenge für dieses Haus entschieden. Es ist klein und hat nicht allzu viele Räume, also perfekt für eine allererste Bau-Challenge. Und ich hätte gesagt, wir beginnen jetzt gleich mal mit dem Vorzimmer und werden das Budget dafür auslosen. Kreativ wie ich bin, habe ich in Google einfach Number Generator eingegeben und siehe da, Google hat einen eigenen Number Generator. Und den werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Als Minimum habe ich jetzt mal 10 eingegeben und als Maximum 10.000 und ich hoffe, dass dabei dann gute Zahlen herauskommen. Also für unser Vorzimmer haben wir 6431 Simoleons zur Verfügung. Das ist eindeutig viel zu viel. Dann gebe ich mal ein Money 6431. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt damit umgehen soll. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es ist ein winziges Vorzimmer, in dem absolut nichts zu finden ist. Ich möchte die teuerste Hängelampe, die es gibt. Aber das ist doch nicht schön. Und das ist viel zu riesig. Was ist das? Ich bin nicht glücklich mit diesen Lampen. Wer hat sich das denn ausgedacht? Nehmen wir einfach die Lichtring. 375. Ja, warum nicht? Ich meine, ist jetzt nicht unbedingt schön. Wobei in blau... Na ja, ich habe Schöneres gesehen, aber es ist nicht so schlimm. Es ist halt auch einfach ein winziges Vorzimmer. Da hat halt auch nichts Platz. Dieser Garderobenschrank ist ziemlich teuer. Aber auch ziemlich hässlich. Eine Trendsetter-Kommode. Passt halt nicht ganz hohe Kommode. Also irgendwie passt das schon eher zum Stil. Dann platziere ich jetzt einfach mal das hier in der Ecke. Und die passt da auch dazu. Dann gebe ich dich da her. Finde ich nicht so schlecht. Jetzt bräuchten wir noch einen hellen Teppich. Einen hellen, teuren Teppich möchte ich haben. Ja, und schön sollte er auch sein. Ja. Nee. Wieso gibt es eigentlich kaum schöne Teppiche in Sims? Ich verstehe es nicht. Wie war es damit? Dieses Blau finde ich ganz nett. Und passt dann ja auch irgendwie zur Lampe. Also nicht wirklich, aber irgendwie. Uh, wir könnten hier so eine Backsteinwand machen. Aber das hat an unseren Simoleons jetzt gar nichts geändert. Aber ist egal. Irgendwie gefällt es mir. Ich weiß nicht warum, aber ich mag es. Und finden wir jetzt noch Glatter im Wert von 3376 Simoleons. Das wäre doch einfach nur toll. Da würde es ja viele, sehr teure geben. Okay. Ein bisschen zu groß vielleicht. Perfekt. Das geben wir da hin. Dann haben wir nur mehr 1976. Das schaffen wir locker. Da habe ich jetzt gar keine Angst mehr. Jetzt habe ich eher Angst, dass es zu wenig Geld ist. Nein, das geht sich schon aus. Dann möchte ich einen großen, schönen Spiegel. Der ist nicht groß und nicht schön. Es soll zum Haus passen. Klassisch, altmodisch. So wie der. Irgendwie finde ich keinen schönen Spiegel. Deshalb nehme ich einfach den. Der ist nicht so schlecht. Und jetzt noch ein paar andere Sachen. Ja, ich hätte gern Pflanzen. Und das können wir da auch nicht so stehen lassen. Geben wir das wieder weg. Okay, jetzt haben wir wieder viel zu viel Geld. Aber sonst geben wir dann die Ecke einer Pflanze. Oder die. Die ist ja cool. Aber ist auch ein bisschen zu modern, oder? Ja, ist zu modern. Die finde ich gut. Wenn sie nicht in der Wand glitschen würde, wäre sie noch besser. Ja gut, dann können wir das auch vergessen. Ja gut, das finde ich ganz nett. Und dann stellen wir hier auch noch irgendwas drauf. Irgendwas im Wert von 2.900 Simoleons. Das ist ja schon wieder so riesig. Handy und Schlüssel können wir raufgeben. 550 Simoleons kostet das. Wow. Wer kann sich das bitte in einem normalen Spielstand leisten? Hier hätten wir eine antike Uhr. Aber ich glaube nicht, dass die im Vorzimmer steht. Vielleicht doch noch eine Pflanze. Pflanze, die man raufstellen kann. So wie nicht die, weil die kann man nicht raufstellen. Ja, das finde ich eigentlich ganz süß. Aber dann kommt die Statue hier hin und die Blume hier. Und dann können wir ja noch irgendwas Teures an die Wand hängen. Es wird doch sicher ein teures Bild geben, oder? Wo sind denn teure klassische Gemälde? Viva la Landschaft. Das klingt doch perfekt. Ja und wo hängen wir dich jetzt hin? In diesem Rahmen. Ganz schlicht und unauffällig. Und dann haben wir noch 191 Simoleons. Was machen wir mit denen jetzt? Vielleicht ein Dornengestrüpp? Nein, ich glaube, es ist ein reicher Haushalt. Immerhin haben sie ein Gemälde von über 2000 Simoleons im Vorzimmer hängen. Taschentrio. Das finde ich gut. Das hängen wir da so hin. Und dann haben wir nur noch 71. Schwangerschaftstest könnten wir zum Beispiel platzieren. Die Pflanzen sind ja auch süß. Perfekt. Die platzieren wir dann auch einfach da daneben. Noch 21. 21 Simoleons. Ja und was können wir uns mit 21 Simoleons leisten? Was ist eigentlich, wenn ich jetzt nichts finde, das genau 21 Simoleons wert ist? Habe ich dann die Challenge verloren? Oh, 20. Das Hängeregal. Das kostet 20 Simoleons. Das ist ja riesig. Never mind. Wir schauen weiter. Karriere-taktisch? Nein. Also irgendwie gibt es absolut nichts, was hier sein sollte. Ein grunen Trümmerstein. Kann ich den ganz klein machen? Geht das als Deko durch? Sagen wir einfach, das ist ein unfassbar wertvolles Gestein. Und deshalb ist das hier im Vorzimmer. Ja, finde ich gut. Ein Simoleon bleibt übrig. Aber finde ich absolut in Ordnung. Oder was meint ihr? Habe ich die Challenge jetzt schon verloren? Ich habe absolut keine Ahnung. Wir machen jetzt einfach weiter mit dem nächsten Raum. Das wird unsere Küche. Das finde ich eine gute Idee. Und jetzt werden wir auch dafür das Budget auslosen. Und wie viel dürfen wir für die Küche ausgeben? 6.927. Das ist seltsamerweise so nah am alten Betrag. Verstehe ich nicht ganz. Aber okay. Money. 6.927. Und hier haben wir jetzt unsere Küche. Ich liebe diese Fenster da. Die sind so süß. Aber ich weiß noch nicht genau, wie wir jetzt am besten beginnen. Ich platziere mal einfach mein Lieblingslicht. Nur damit wir etwas sehen. Und dann schauen wir uns die Küche jetzt gleich mal ein wenig genauer an. Was sind denn schöne Theken? Ich glaube, ich nehme tatsächlich die. Weil ich liebe die Theken. Und sie passen einfach so gut zu diesem Cottage Lifestyle. Dann möchte ich einen ganz teuren Kühlschrank. Der sieht zu teuer aus. Soll schon ein bisschen oldschool sein. Ja, am besten wird halt schon der passen von Cottage Living. Aber der ist halt so viel günstiger. Nein, ich möchte schon einen teuren. Ja, wir nehmen einfach den in schwarz. Da wird er vermutlich nicht stehen bleiben. Aber ich lasse ihn jetzt mal in der Zwischenzeit da stehen. Herd. Der ist doch super toll. Gut, wie machen wir das Ganze jetzt? Ich hätte gesagt, wir platzieren hier unseren Herd. Daneben haben wir den Kühlschrank. Und dann so um die Ecke kommt dann die Theke. Hier haben wir das Eckteil. Eigentlich könnten wir hier mit der Theke weitermachen. Ja, das ist doch eigentlich ganz süß. Wobei vielleicht sollten wir es so machen. Hier den Kühlschrank. Hier den Herd. Und dann hier die Theken. Oh ja, das ist so süß. Dann brauchen wir natürlich noch die passenden Oberschränke. Ja, das finde ich mittelgut. Irgendwie sieht es jetzt wahnsinnig überfüllt aus. Ja, ich glaube, so ist es besser. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, weil die Wände so niedrig sind. Dadurch sieht das einfach so schnell überfüllt aus. Und damit die Küche vollständig ist, brauchen wir natürlich noch einen Tisch. Probieren wir einfach mal, wie das aussieht, wenn wir ihn hier so hinstellen. Ich hoffe, die Sims kommen dann noch in den Raum rein. Das ist ja immer so eine Sache. Vielleicht den in schwarz. Dann passt er so zur restlichen Küche. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Stühle. Irgendwie ist das ganz schön knapp. Und ich habe keine Ahnung, ob die Sims da dann rankommen. Aber egal, wir wollen eh nicht darin spielen. Deshalb lasse ich das jetzt einfach mal so. Und dann brauchen wir natürlich noch jede Menge Glatter. Schauen wir jetzt mal, ob wir eine Pflanze finden, die dazu passt. Oh, das ist süß. Aber passt halt nicht so auf den Esstisch. Ja, man merkt, ich baue nicht so oft. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt öfter bauen. Deshalb ist das jetzt eine sehr, sehr gute Übung. Oh, ist das süß. Ja. Stellen wir das da auf den Tisch. Und dann brauchen wir hier natürlich noch ein paar Geräte und ein bisschen Glatter. Ja, gut. Wir haben irgendwie nur mehr 407 Simoleons. Das ging tatsächlich schneller als gedacht. Hier hätten wir zwei Töpfe. Die stelle ich einfach mal da ins Eck. Und eine Keksdose. Die in blau. Blau. Ja, das sieht doch richtig toll aus. Also mir gefällt es zumindest. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann haben wir kein Geld mehr. Okay, gut. Vielleicht verkaufen wir doch die Töpfe und auch die Keksdose. Die sind eigentlich für nichts. Aber ich finde den Krug toll. Und ich finde die Teekanne toll. Und dann gibt es hier nämlich auch noch so kleine Behälter. Die passen da ja auch perfekt hin. Machen wir vielleicht doch alles in diesem Gelb. Dann passt es besser. Oder ist das das gleiche Gelb? Was gehört denn da zusammen? Ja gut, nehmen wir einfach das. Und hier nehme ich auch das. Dann passen die beiden Sachen zusammen. Und alles passt perfekt zur Küche. Oh mein Gott, es ist so süß. Vielleicht finden wir was, was wir hier an die Wand hängen können. Das finde ich ganz süß. Ich meine, es passt jetzt nicht zur zu teuren Einrichtung. Aber dann hat es zumindest irgendwie etwas Persönlicheres. Dann haben wir schon wieder fast kein Geld mehr. Na ja, vertikaler Wand behang. Das ist nicht so schön. Können wir das vielleicht noch irgendwo hinhängen? Ich finde, das wird da sehr gut passen. Also keine Ahnung, ob die Sims dann alles machen können, was sie machen sollten. Aber wie gesagt, wir spielen darin ja nicht. Irgendwie finde ich süß. Ich meine, irgendwie ist es auch voll im Weg. Nein. Okay, es ist voll im Weg. Wir haben noch 52 Simoleons. Warum ist das alles so riesig? Langsam kommt mir vor, in diesem Haus ist alles zu klein. Ein Wäscheregal. Das ist eigentlich süß. Dann hängen wir das da so an die Wand. Ist ein bisschen im Weg, aber nicht wirklich. Und dann haben wir noch zwei Simoleons. Im letzten Zimmer blieb uns ein Simoleon über. Jetzt zwei. Ich glaube, das ist in Ordnung. Und ich finde die Küche eigentlich ganz süß. Ich meine, sie ist sehr basic. Also vielleicht hatten wir doch nicht so viel Geld zur Verfügung. Weil irgendwie, ja, so würde ich die Küche eigentlich nicht lassen. Aber wir haben eben kein Geld mehr. Und deshalb geht es auf zum nächsten Zimmer. Unser nächstes Zimmer ist das Schlafzimmer. Und dann werden wir hierfür auch gleich das Budget auswürfeln. Und diesmal haben wir 668 Simoleons zur Verfügung. Das ist tatsächlich sehr, sehr wenig. Aber gut, Challenge accepted. Wie gesagt, Money 668. Und das soll für ein ganzes Schlafzimmer reichen. Keine Ahnung, wie sich das ausgehen soll. Geht sich da überhaupt ein Bett aus? Was ist das billigste Bett, das wir haben? Naja, ein Doppelbett soll es eigentlich schon sein. Die sind doch alle nicht schön. Das ist sogar sehr problematisch. Oder wir nehmen das. Das wäre wenigstens ein schönes Einzelbett. Wobei, das ist eigentlich auch okay. Ich nehme mal das Bett. Und dann nehme ich nochmal diese Lampe, damit wir ein bisschen Licht haben. Das ist jetzt ganz schön schwer, wie wir das einrichten sollen. Es ist zu wenig Geld. Ich lasse das Bett mal da stehen. Weil so, wenn es mitten im Raum steht, verbraucht es schön viel Platz. Ich glaube, ich werde hier so eine kleine Leseecke machen. Also das wollte ich eigentlich. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir dafür überhaupt irgendwie Geld haben. Was ist denn der günstigste Stuhl? 70. Naja, aber der ist halt so hässlich. Nein, das können wir nicht machen. Was ist die günstigste Couch? Sonst nehme ich vielleicht tatsächlich diese. Und dann könnten wir eins hier platzieren. Und nicht noch eins hier, weil es geht sich nicht aus. Oh, wow. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Beginnen wir besser mit einem schönen Teppich. Schöne Teppiche machen die Welt besser. Ich wollte diesen Teppich hier. Ich möchte hier eine Leseecke haben. Das ist eine ganz schlechte Idee. Dann haben wir nur mal 48 Simoleons. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Teppiche sind alle nicht schön. Was soll das sein? Das ist einfach ein angeknabberter Teppich. Warum? Wer will denn angeknabberten Teppich? Die sind alle viel zu bunt. Ich kann das halt ganz groß machen. Und dann geben wir den da so unten rein. Finde ich nicht so schlecht. Natürlich ist das nicht echtes Fell. Sowas würde ich niemals unterstützen. Das ist einfach Kunstfell. Deshalb ist es ja auch so günstig. Und dann stellen wir hier vielleicht eine Lampe rein. Ah, finde ich nicht so schlecht. Und jetzt müssen wir nur noch alle Sachen finden, die günstiger als 93 Simoleons sind. Und sie hier platzieren. Naja, die will ich aber nicht. Die ganzen Sessel will ich auch nicht unbedingt. Die sind ja alle nicht schön. Aber das finde ich nicht so schlecht. Ich meine, zumindest macht es Sinn, dass die da steht. Nein, dann nehmen wir lieber das. Dieses Hängeregal. Aber vielleicht hier drüben. Okay. Wir geben da dieses Hängeregal hin. Das finde ich nämlich nicht schlecht. Und dann geben wir da dieses Hängeregal hin. Dann haben wir zwei verschiedene Hängeregale, die unglaublich günstig waren. Was unglaublich gut ist, weil wir kein Geld haben. Dann nehmen wir die Lampe und stellen sie in diese Ecke. Und schon sieht das alles ein bisschen bewohnter aus. Aber natürlich noch nicht wirklich. Und wir haben nun mal 48 Simoleons. Ich bin nicht glücklich. Uh. So ein, ich weiß nicht mal wie es heißt. Tampasgras oder so? Ja. Stellen wir das da in die Ecke. Und schon sieht es wieder ein bisschen freundlicher aus. Aber da tausche ich dann tatsächlich. Und gebe hier die Lampe hin. Ja, langsam wird es doch. Und irgendwie könnten wir hier auch das Licht ersetzen. Also ich weiß, in der Küche habe ich das jetzt belassen. Aber gibt es vielleicht ein anderes Licht? Okay, nein. Wir würden uns sowieso kein anderes leisten können. Das Leben ist manchmal hart. Ich sage es euch. Ich gehe da nochmal ganz nach unten. Nein. Wir können uns absolut nichts mehr leisten, was dieses Zimmer besser machen würde. Und das ist wirklich schön. Ich würde hier nicht gern wohnen. Ich sage es euch, wie es ist. Es ist nicht schön. Wir haben 18 Simoleons. Können wir bitte noch irgendwas kaufen? Ein Basketball. Ja gut. Dann legen wir einfach hier ein Basketball hin. Und jetzt bleiben drei Simoleons übrig. Ich glaube, das ist okay. Und ich bin absolut nicht zufrieden damit. Aber gehen wir einfach zum nächsten Zimmer weiter. Unser nächstes Zimmer ist das Badezimmer. Und auch dafür werden wir jetzt natürlich das Budget auswürfeln. Und das Budget für das Badezimmer ist 4.420. Das hätten wir fürs Schlafzimmer gebraucht. Aber okay, dann geht es jetzt weiter. Money 4.420. Zumindest haben wir jetzt jede Menge Geld fürs Badezimmer. Wie immer beginne ich einfach mit dem kleinen Licht, damit wir etwas sehen können. Ich liebe es, dass da dieser Steinboden ist. Die Fenster finde ich ehrlich gesagt ein bisschen groß. Also da kann jeder reinsehen. Weiß nicht, wie cool das ist. Aber ja, wir haben es nicht gebaut. Das ist die teuerste Dusche, die es gibt. Aber das wird sich so platzmäßig nicht ausgehen. Okay, dann nehmen wir einfach die. Die finde ich auch nicht so schlecht. In diesem Schwarz. Das nervt mich jetzt ein bisschen, weil da haben wir wieder so viel Geld zur Verfügung. Und eigentlich brauchen wir es nicht, weil das Badezimmer ist einfach winzig. Winzig, aber gut. Sie bekommen einfach die teuerste Toilette. 2000 Simoleons? Was kann die denn bitte? Leutseliger Locus 2.0 Der Leutselige Locus 2.0 ist der König der Porzellanthrone. Mit Topmoder einer Technik bietet diese Toilette höchsten Komfort beim Lernen von Darmblase und Herz. Hörde dem Locus ruhig alles auf. Er wird dir besser zuhören als dein allerbester Freund. Okay, nehmen wir den vielleicht doch nicht. Irgendwie finde ich es creepy. Nehmen wir das. Das ist doch ein wunderschönes WC. Die Toilette kommt hier hin. Da wohnt ohnehin nur ein Mensch allein, weil wenn man ins Bad geht, sieht man dann direkt, wenn wer auf der Toilette sitzt. Ich weiß nicht, wie vorteilhaft das ist, aber ich möchte einen schönen Waschbeckenbereich haben. Nehmen wir das hier. Das ist ja oldschool und passt wieder dazu, wie ich das Haus eigentlich haben wollte, bevor alles irgendwie ganz anders geworden ist. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Spiegel. Da gibt es doch diesen. Genau. Ach, der ist wieder zu groß. Schade. Den mag ich eigentlich sehr, sehr gern. Oder den. Das ist ein guter Badezimmerspiegel, finde ich. Wenn es den halt in Schwarz gibt. Perfekt. Und jetzt möchte ich nur noch so eine Badematte. Ich glaube, da gibt es auch ein paar, die sich dafür sehr gut eignen können. Aber wir haben noch 800 Simoleons. Also sollte es vielleicht eine teurere sein. Ach, das ist alles so schwer. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so eine Bau-Challenge gemacht habt und wie es euch ergangen ist. Weil irgendwie habe ich mir das viel, viel leichter vorgestellt. Also ich weiß auch nicht, warum. Aber ich finde es gerade sehr schwer und irgendwie passt nichts zusammen. Und ich möchte einfach nicht drüber nachdenken, wie viel Geld ich ausgebe. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie ist das alles blöd. Wobei das... Ja gut. Wir nehmen einfach das. Das ist schon in Ordnung. Es ist nicht unglaublich schön, aber es ist in Ordnung. Und das muss für diese Challenge immerhin reichen. Vielleicht was an der Wand. Naja, das ist schon ein bisschen hässlich. Gut. Lassen wir es dann doch sein? Oh, das finde ich süß. Eine Efeutute. Aber das passt jetzt halt wieder gar nicht dazu. Warum ist das so schwer? Vorhänge. Das ist das, was wir wirklich hier brauchen. Warum bin ich nicht schon früher drauf gekommen? Wir brauchen doch eindeutig Vorhänge. Sonst zieht da ja jeder rein. Und das möchten wir auf keinen Fall. Das habe ich vergessen. Vorhänge sind ja immer so eine Sache. Oh Gott, nein. Und gibt es Vorhänge, die zu diesem Fenster passen? Sonst müssten wir das nehmen. Aber das ist halt einfach nicht schön. Ja, oder wir machen das außen. Außen wird es halt mehr Sinn machen. Aber dann ist es ja nicht im Raum. Und die Challenge ist ja im Raum. Gibt es das in der neutralen Farbe? Ich nehme jetzt einfach das. Bin ich glücklich? Nein. Aber diese Challenge macht mich sowieso nicht glücklich. Da funktioniert einfach nichts nach Plan. Und wir haben noch immer 160 Simoleons. Gibt es ein schönes Bild für die Wand? Allerlei still leben. Das ist doch schön. Das hängen wir da jetzt an die Wand. Toll. Großartig. Wer würde nicht gern hier leben? Alles in allem würde ich sagen, die Challenge lief okay. Wir hatten leider für unwichtige Räume viel zu viel Geld. Und für andere viel zu wenig. Und deshalb ist es jetzt so entstanden, wie es entstanden ist. Aber ich denke, für meine erste Bau-Challenge ist das schon in Ordnung. Vergesst mir nicht, eure liebsten Bau-Challenges in die Kommentare zu schreiben. Ich kann es kaum erwarten, weitere auszuprobieren. Aber nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald! Bis bald! Bis bald!